Einmal möchte ich was Nersches tun, sag mir, bist du dabei? Saufen möchte ich und keine Nacht ruhen, siehlich und ohne Ruh. Einmal möchte ich so pfeifen auf die Welt, einmal möchte ich nur tun, was mir gefällt. Eine Sauftur, auch zwei oder drei, sag mir, bist du dabei? Ach, wie oft fuhr ich schon im Taxi rum, an der Spree entlang, durch die Havel durch, an der Lanke so krumm, wie die Geld-Uhr tickt, wie der Fahrer blickt. Ich bin da, endlich da, endlich da, lasst uns trinken und jubilieren, Schnaps meine Cocktails, schneemabolieren, Abendstund hat Schnaps im Schlund. Ich stand im Schneefall, betrunken herum. Sum, sum, da kam ein Taxi auf mich zu, ich rief, oh du, 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 doch es fuhr weiter und hat mich einfach im Schneefall stehen gelassen. Dann bin ich vergewaltigt worden, aber die Polizei hat mir nichts geglaubt. Diese Schweine, diese Schweine, diese Schweine, diese Arschlöcher alle auf dieser Welt, dieses Elend. Oh, oh, oh! Oh, oh! Ah! Prost! Prost! Vodka Tamara, Vodka Natascha, Pfefferminzli für... Kognak! Kognak! Hausmarke! Ja, also Meisterkorn und bittere Tropfen trinke ich persönlich sehr gerne. Find ich richtig prima! Oh! Kognak! Kognak? So ganz pur, ohne was, ohne Wasser, ohne Soda, ohne Eis? Immer ohne Wasser oder Soda, ohne Eis. Kognak tritt man immer pur Mist. Darf ich! Also ich kenne sehr viele Leute, die trinken Kognak also mit Zutaten. Mit Soda, mit Eis. Die sind aber wirklich auf dem verkehrten Dampf. Man trinkt Kognak immer. Prost! Prost! Naja, also ich meine Eierlikör oder Kirschliköre sind natürlich auch sehr schöne Sachen. Trinke ich persönlich sehr gerne. Kognak! Naja, Sie sind ja nur umgestiegen. Ja, jeder steigt mal um, ne? Ach, ich trinke alles. Darf ich streichen? Ja. Prösterchen! Gedäht! Ok. Tää! Ich persönlich. H Hä? Ja, ja, ja.